so moses wir haben wirklich absoluten sockenschuss aber gefällt mir ja hier vorne sterbt sterbt und hier was war das moses du musst aufpassen ich will hier einfach mal lebende ja so wir sind ein team muss es wir verstehen uns blind ich sitze einfach also gestern haben wir uns so blind verstanden als ich gegner team war das einfach ständig gekillt ja leck mich ja der maximus nicht wie wie mache ich diesen hässlichen turm kaputt dass er hier ins hässliche ganze seile die da am rand stehen wegschießen also ich doch gerade die ganze zeit gemacht ach das war es ach so gut alles klar ich will leute jetzt töten kommen umständen an sport hier wieder auf ja was wollen wir dann machen stopp stopp ich habe unseren plan direkt ja sehr schön da gerade einer geschrien wo hat einer geschrien irgendwo hat ja einer geschrien gar keine ahnung wo war mal sind da feinde ja zwei ich versuche mal immer gleich zu spotten wenn ich hier eine granate ja wir sitzen im auto kann ich nicht werfen ja steigst du aus und wirf keine granate ja dann sterbe ich hat eigentlich irgendwer eine ahnung was dieser 5gb patch denn neu reingebracht hat heute ne der netcode ist wieder schlecht ja ja er ist natürlich auch 5gb groß der netcode klar alter so eine granate macht so viel schaden am fahrzeug wie eine rpg ja schönes ding und ist ja da ist schon wieder irgend so ein kleiner eichelprinz reingefahren ein kleiner eichelprinz ja habt ihr schon mal geschafft in einem helikopter einen jetzt raus zu schießen es ist mir ehrlich gesagt hier noch nicht gelogen ja das recht ich wollte gerade sagen links oder rechts ich habe ja was gelesen dass es hier eigentlich nicht funktionieren soll vielleicht geht es ja jetzt mit dem update das wäre natürlich toll äh freunde ja geld klauen ja doch wir müssen aber die leute ein bisschen irritieren freunde der inwischen wozu alter die gasgranate macht auf jeden fall jetzt deutlich mehr visuellen schaden du siehst gar nichts mehr wenn du da durchläufst recht genau er vielleicht ja die haben jetzt eingepflegt dass der die oben dann zu macht raus mit der rpg das war eigentlich ein typischer spruch von mir gewesen ich kann jetzt dafür dass du so kreativ bist wie ein busfahrplan so wo sind die denn moses siehst du irgendwas mach mal deinen radar an mit radar genau moses mach doch mal deinen radar an und er ist auch mal an radar auch ich komme gar nicht du du rast hier rum wie so ein kaputter ich sehe gar keine natürlich ach hier ist jetzt das ziel abgeben stopp ja abend hallo da ist einer drin gewesen schnückelig mhm kuschelig ja und hubschrauber komm ich habe ich habe ihn aus dem hubschrauber geschossen wenn ja wir siehst du und so ein eichelprinz keine ahnung mit oder unter hunter hannter hannter heute ist nicht hannter heute ist battlefield heute ist mikro hannter da gab es aber da gab es jetzt irgendwie so ein update gab es irgendwelche neu Das ist voll das Ghetto, ey. Ein Zielscope wackelt jetzt und du kannst eine goldene Stromplinde gewinnen. Du bist auch Köln-Borz, ey. Aha. Guck mal, da liegt Money, hol die mal. Warte, ich geh mal schnell raus, aber wenn ich sterbe, bist du dran schuld. Andere Seite. Ja, rechts. Die haben ja noch nichts. Keine Kohle. Pass auf, da schießt irgendwas. Ich kann nichts mehr aufnehmen, ich kann nichts mehr aufnehmen. Bam, bam. Wo ist dieser Müllsack? Hoppen schon. Du meinst den Eichelprinz? Ja. Heute sind hier die Jagd nach Eichelprinz. Oder der Eichelprinz. Deine Mutter hat schon mehr Eicheln gesehen, als so manche Oberförste. Echt? So. Ich kann nochmal... Hast du das meine Mutter gesagt? Nein. Doch, deine Mutter. Komm, gib auch den Kram. Ach so, das ist ja unser Müll hier. 500.000 abgegeben. Oh, sind wir geil! Oh, weiter geht's. Oh, was kommt denn hier? Die kleinen Kanacken und sammeln unser Geld, oder was? Ja. Hast du schon wieder was gegen Ausländer? Grumpy ist... Nein, Kanacke heißt Mensch, du Idiot. Informier dich, bevor du meckerst. Naja. Echt? Hat aber eine andere Symbolik, wenn du das so sagst. Nö. In welcher Sprache ist Kanacke denn Mensch? Nein, das ist sogar im türkischen oder arabischen. Ich hab mir mal ein Türke gesagt. Meinen oder wissen? Informier dich mal, bevor du sowas sagst. Na? Ich wollte grad sagen. Ich weiß es. Ich weiß es. Was machst du, wenn er sagt, ich meine zu wissen? Das ist doch ein Widerstand. Ja, ihr sollt alle nur sterben. Ihr habt da Wikipedia als Ruhe. Kanacke in Klammern schön geworden. Ich hab gerade mit meinem Helikopter einen Gegner erschlagen. Und hab dafür keinen Kill bekommen. Moses, wir sind geil. Wir sind geil, Moses. Komm, wir müssen weiter geil sein. Leider geil, was? Ja. Ich hab leider geil immer noch keinen Kill. Mit Trilliarden Accounts. Tja. Die ganzen Cheater zu uns ja vorher schon raus sortieren. Wieso kann ich dir nicht mitmessen? Was ist das? Ja. Ich dachte ja, nur Leute mit Premium haben. Ey. Das ist aber 3 Euro. Das ist ein Party. Ah, schönes Ding, schönes Ding. Moses, wir tun die richtig weg eliminieren. So muss es sein. So muss er rein. Du willst in ein Hotel ziehen, bei dem man, wenn man im Namenshotel die Buchstaben umstellt, das Wort Kerker beibaut. Stimmt. Ja. Da weißt du ja, was dich erwartet. Komm, hier kannst du wieder Cash einsammeln. Rechts von uns. Wo, wo denn? Rechts von uns. Hab ich, hab ich. Das soll man nicht alles so enge sehen. Eng ist bekanntlich ein dehnbarer Begriff, ne? Ja, und eng ist gut. Wir haben wieder echt Niveau gefressen heute. Und Maxi muss noch alles auf. Und hier gibt es sogar Herr, Frau und Fräulein. Ich? Ich doch nicht. Ich doch nicht. Das Geile ist, pass auf, wenn du dich bei der Telekom als neuer Kunde anmelden willst, dann gibst du ja an Herr, Frau, normal. Bei der Telekom kannst du aber auch sonstiges angehen. Herr, Frau, sonstiges. Sonstiges Wurst, ja. Genau. Ja. Ah, warum ist der nicht gestorben? Ach, jetzt weiß ich, was los ist. Ich hab vorhin auf Ultra gestellt. Was, die Grafik oder was? Hey, du. Ja. Wir wachten so. Ah, der ist so Ultra. Da siehst du keinen Unterschied. Ähm, Moses, du holst mir das Auto, ich steige wieder irgendwo aus. Jim, hier bist du ja. Hey, ich bin Beifahrer. Die Karre ist schon voll mit zwei Leuten oder was? Ja. Ähm, ja, du bist, du hast ja schon mal Rivals gespielt. Jetzt will ich mal gucken, wie gut du Auto fahren kannst. Rrrr, rrrr, rrrr. Deft mal bei uns, die räumen gerade alles weltleer hier, ne? Moses, kannst du den von den 290 Euro Lenkern drücken? Moses hat so einen Behinderten-Auto mit Schotten. Nein, ich bin tot! Ey, ich kann den nicht messern. Oh nein, ich stehe direkt hinter ihm und ich kann den nicht messern, den Wichser. Sag doch nicht Wichser. Bist du Arzt? Ich dachte immer so schön Kraftausdruck gekommen, automatisch. Genau. Ey, du kannst doch zu dem Homo-Fürsten nicht Wichser sagen. Entschuldige dich bei dem Himmel-Primaten. Wir sind so assi, ey. Wir sind so assi. Xbox ausschalten, ja. Xbox go home. So. Alter, was ist denn hier los bei uns hier? Haben die alle Kind zu Hause? Ey, hier geht's richtig rund. Denk dir mal, du bist nicht, die einen haben verloren. Ey. Warum haben wir verloren? Wir waren noch so gut. Ja, weil keiner getrefft hat. Weil wir uns die ganze Kohle haben klauen lassen. Achja. Ja. Verstehe ich nicht, was ihr macht. Was machst du? Köln Ports. Ja, ist okay. Stoffwechsel. Guck mal hier, ich und Moses, wir stehen ganz oben, ne? Ja. Nur am Spazieren fahren, Leute am abfahren. Ja. Also ich weiß nicht wie viel Geld wir verteidigt haben und mindestens eine Million haben wir auch abgegeben. Ey, Moses lass es, lass es, die verstehen das eh nicht. Was? Ja, Mann. Woll, beep mal, ja.